Hallo und herzlich willkommen. Oh, wir haben soeben aus La Berard erfahren, dass sich ein neuer Unfall auf dem Pelvou ereignet hat. Ein junger Mann, der Mitglied einer dreiköpfigen Gruppe aus Lyon gewesen ist, stürzte zu Tod. Gut. So steht es am 29. Juli 1931 in Letence. Und Sie sehen hier auch den Originalausschnitt, den man dank der digitalisierten Archive dieser Zeitung im Internet finden kann. Was das alles mit uns zu tun hat, das ist an dieser Stelle natürlich noch nicht klar. Wahrscheinlich wie den meisten, die diese Mitteilung am 29. Juli, am Montag gelesen haben. Mehr Informationen dazu sind erst am nächsten Tag veröffentlicht worden. Und auch wir werden auch erst im nächsten Video oder im übernächsten noch genaueres erfahren, wie all das und dieser tragische Unfall mit der Geschichte der Logik im 20. Jahrhundert zusammenhängt. Wir sind mitten im Thema Resolution. Und heute wollen wir es endlich angehen. Die Resolution, der Resolutionsalgorithmus genau genommen ist das, worauf wir schon seit einigen Videos hingearbeitet haben. Wir sind in der Prädikatenlogie und wir möchten automatisch schließen. Und wie das genau geht, das können wir jetzt endlich genauer erklären. Das mache ich in diesem Video. Willkommen also zurück. Mein Name ist Markus Krötzsch. Das sind die Videos zum Thema Theoretische Informatik und Logik im Online-Kurs der TU Dresden. Und wir hatten für die Resolution schon einiges geleistet in Vorbereitung dieses Algorithmuses. Die Grundidee bei dem Algorithmus war, dass wir herausfinden wollen, ob etwas logisch folgt in der Prädikatenlogik. Und wir haben gleich gesehen, das ist nicht so einfach, denn einfach nur alle Modelle, alle Interpretationen auflisten in einer großen Tabelle, so wie wir das in der Aussagenlogik konnten, das geht hier nicht. Es gibt unendlich viele. Wir brauchen irgendeinen schlaueren Ansatz. Der erste Schritt war, wir haben logische Konsequenz reduziert auf Unerfüllbarkeit. Und damit brauchen wir nur noch einen Algorithmus, der Unerfüllbarkeit prüft. Und wir können den benutzen, um logische Konsequenz damit zu ermitteln. Zweiter Schritt. Wir haben eine Reihe von Umformungen durchgeführt. Die sind etwas ermüdend, denn jede von ihnen ist ziemlich einfach und dementsprechend gar nicht so sehr spannend, finde ich. Aber sie nützen uns sehr, denn mithilfe dieser Umformungen lässt sich der Algorithmus viel klarer und einfacher darstellen, wie wir sehen. Wir haben Formeln bereinigt, Migrationsnormalform gebildet, Prenixform, Skolimform und schließlich die konjunktive Normalform, sodass am Ende unsere prädikatenlogische Formel, die am Anfang noch beliebig komplex, geschachtelt, strukturiert aussah mit verschiedenen Quantoren, am Ende nur noch eine ganz einfache Menge von Mengen war, in der wir nicht mal mehr die Quantoren schreiben müssen, weil nur noch universell quantifizierte Variablen vorkommen. Also deutliche Vereinfachung. Und was wir jetzt als nächstes tun wollen, ist unifizieren und resolvieren. Zum Unifizieren hatte ich beim letzten Mal schon einiges erzählt. Das ist das Gleichmachen von Termen und wie wir sehen werden jetzt auch von Atomen und Resolvieren. Und das ist das, was ich gleich erkläre. Der letzte Schritt in dieser langen Liste. Okay. Unifikation. Hier nochmal zur Erinnerung. Hatten wir gelöst. Das lässt sich mit diesem Algorithmus bewerkstelligen, der mit vier einfachen Regeln auskommt, die man in irgendeiner beliebigen Reihenfolge auf ein gegebenes Gleichungssystem anwenden kann, solange bis nichts mehr möglich ist. Und wenn das eintritt, dann sieht man entweder, dass das Problem gelöst ist oder dass ein offensichtlicher Fehler auftritt, der nicht überwunden werden kann, also das Ganze nicht unifizierbar ist. Okay. Damit können wir also beliebige Gleichungssysteme, wir hatten gesagt Unifikationsprobleme, lösen. Das sind Probleme, bei denen wir verschiedene Gleichungen zwischen Termen haben und die irgendwie herstellen wollen. Wir wollten aber jetzt, wie ich schon gesagt hatte, eigentlich Atome gleich machen. Das heißt, wir müssen noch einen kleinen Schritt hinzufügen. Wir müssen überlegen, wie wir das jetzt mit Atomen hinbekommen. Atome in der Prädikatenlogik sind einfach Prädikate mit Argumenten und jedes Argument ist ein Term. Das heißt, wir sind nicht so weit weg von dem, was wir bisher schon gelöst haben. Ein Unifikator für eine Menge A von A1 bis AN, die Prädikatenlogischen Atomen, ist auch wieder eine Substitution, Theta, die die Eigenschaft hat, dass, wenn man sie auf die Atome anwendet, alle Atome gleichgemacht werden. Ah, also hier eine Liste von Atomen. Wenn man sie auf die Art gleich machen kann, dann ist das ein Unifikator. So lassen sich Atome unifizieren und Sie sehen hier, ich kann mehr als zwei Atome unifizieren. Ich kann auch eine ganze Liste unifizieren, aber am Ende sind sie alle gleich. Was kann man aus dieser Definition erkennen? Naja, ein paar Sachen können wir leicht beobachten. Zum einen ist klar, wenn das überhaupt möglich sein soll, dass die alle gleich sind, dann müssen alle Atome in dieser Menge das gleiche Prädikat verwenden. Das heißt, es muss ein L-stelliges, also irgendwie stelliges Prädikatensymbol P geben, sodass alle diese Atome der Form AI, äh, alle diese Atome AI die Form P von TI1 bis TIL haben. Also jedes darf seine eigene Terme haben, aber außen sieht es gleich aus. Sonst wird das mit der Substitution sich auch nicht unifizieren lassen. Wenn das aber letztlich eintritt, dann sehen wir schon, ist doch die einzige Schwierigkeit oder das ist die einzige Aufgabe, dass man die eigentlichen Terme, die Argumente dieses Prädikats unifiziert. Der äußere Teil ist ja schon gleich. Und das kann man wieder als Unifikationsproblem auffassen. Das ist hier dargestellt. Dann ist nämlich eine beliebige Substitution Sigma genau dann ein Unifikator für diese Atome, wenn Sigma Unifikator für das Unifikationsproblem, was ich hier GA nenne nach dieser Menge, ist, welches alle Argumente an der ersten Stelle gleichsetzt und alle Argumente an der zweiten Stelle gleichsetzt und so weiter. Also die erste Gleichung hier sagt, dass das erste Argument vom ersten Atom gleich ist zum ersten Argument vom zweiten Atom und die Pünktchen sollen sagen, ich will auch, dass das erste Argument vom zweiten Atom gleich ist zum ersten Argument vom dritten Atom, bis ich fordere, dass das erste Argument vom n-ersten Atom gleich ist dem vom n-ten Atom. Und das ist das erste Argument und das muss ich für alle Argumente tun. Da habe ich eine Menge Gleichungen. Und wenn ich die alle lösen kann, dass alles unifizierbar ist, dann kann ich mit dem Unifikator auch die Atome unifizieren. Okay, und insbesondere, da das alle Unifikatoren erhält, erhält es auch die allgemeinsten Unifikatoren. Darüber hatten wir schon mal gesprochen. Das heißt, ich kann einen allgemeinsten Unifikator für diese Menge von Atomen finden, wenn ich einen allgemeinsten Unifikator für dieses Unifikationsproblem finde. Okay, also viel passiert hier nicht. Wir wenden einfach die gleichen Ideen, die wir schon hatten, wieder an. Aber diesmal haben wir noch ein Prädikat außen herum geschrieben und korrelieren die offensichtlichen Parameter der ersten, die zweiten, die dritten und so weiter über alle Atome hinweg. Okay, das war die letzte Zutat aus dem Bereich Unifikation. Und mit diesem Werkzeug ausgerüstet können wir jetzt anfangen mit Resolvieren. Und ich hatte ja schon mal gesprochen über Resolution in der Aussagenlogik und dass das so ähnlich ist. Und wenn Sie sich erinnern, sollten Sie das hoffentlich auch ein wenig wiedererkennen in dem, was ich jetzt als Resolutionsregel hier für die Prädikatenlogik habe. Die Resolutionsregel. Die Resolvente, so nennt man das, von zwei Klauseln der Form Klausel 1 mit diesen Literalen, Klausel 2 mit diesen Literalen, für welche Sigma der allgemeinste Unifikator der Menge dieser Atome hier ist und alle anderen Literalen, die hier mit L und L' bezeichnet sind, beliebig sind. Diese Resolvente ist die Klausel, die ich erhalte, wenn ich die Literale außer A aus der ersten Klausel und die Literale außer die negierten A aus der zweiten Klausel zusammennehme und auf alle den Unifikator anwende. Okay, nochmal anders. Was passiert hier? Das war jetzt nur die vorgelesene Version. Jetzt sollte ich es noch erklären. Wir haben zwei Klauseln. In der ersten Klausel kommen eine Reihe von Atomen nicht negiert vor, A1 bis A1. In der zweiten Klausel kommen eine Reihe von Atomen negiert vor, A1' bis AM'. Das heißt hier M, da N, das können unterschiedlich viele sein. Sie dürfen sich auch gerne am Anfang vorstellen, wir haben bloß eins. Wir haben ein A1 und ein Nicht-A1'. Dass es mehrere sein können, ist eine Verallgemeinerung, die man manchmal braucht. Aber für jetzt kann man auch mit einem erstmal arbeiten. Okay, und die Idee ist jetzt genau wie in der aussagenlogischen Resolution, dass sich das Atom und das negierte Atom auslöschen können, aber nur dann, wenn die beiden gleich sind. Und wir wissen, in der Prädikatenlogik sind sie nicht unbedingt von vornherein gleich. Wir müssen sie erst gleich machen. Deshalb suchen wir einen Unifikator, der all diese Atome gleich macht. Wenn man nur eins hat hier und eins hier, dann sind das nur zwei Atome, die gleich gemacht werden müssen. Und dieser Unifikator, der all das gleich macht, wird dann benutzt und die so gleich gemachten Atome werden entfernt, werden gelöscht. Und was übrig bleibt, sind die restlichen Literale L1 bis LK, beziehungsweise L1' bis LL', die auch wieder unterschiedlich viele sein können, könnten auch Null-Literale hier sein, das darf leer sein. Die bleiben übrig, aber natürlich bleiben die auch in der unifizierten Version übrig. Das heißt also, wir müssen auch von diesen eine Instanz bilden, die dem Fall entspricht, in dem die Atome, über die wir resolviert haben, gleich waren. Also die Annahmen, die wir machen, wenn wir davon ausgehen, dass die AAs mit den A-Strichs gleich gemacht werden können, die müssen wir beibehalten, wenn wir dann die Resolvente bilden. Und das ist in diesem Unifikator angegeben. Okay, gut, also zusammengefasst kann man sagen, die Regel ist genau oder ist so ähnlich wie in der Aussagenlogik. Atome und negierte Atome löschen sich gegenseitig aus, wenn sie gleich sind. Aber der Unterschied ist, dass wir unifizieren müssen und dass wir mehrere Versionen, mehrere Varianten sozusagen des nicht negierten und auch mehrere Varianten des negierten Atoms haben dürfen. Das kam in der Aussagenlogik nie vor, weil in der Aussagenlogik ja Dinge nur genau gleich sein können oder eben nicht gleich. Das heißt, natürlich kann die gleiche Proposition nicht mehrfach auftauchen in so einer Klausel, die wir als Menge notieren. Dann würde sie eben von vornherein nur einmal stehen. In der Prädikatenlogik ist es anders. Da kann es sein, dass es verschiedene Atome gibt, die aber durch einen Unifikator gleich gemacht werden können und dadurch zusammenfallen. Und das tun zu können, ist wichtig, damit man wirklich alles schafft hier mit dieser Resolutionsregel. Das heißt, wir brauchen das für die Vollständigkeit des Algorithmus. Wenn wir immer nur eins nehmen, wäre das auch nicht falsch. Also es wäre immer noch korrekt, aber es gibt dann Ableitungen, die wir da nicht bilden können. Deshalb müssen wir es so allgemein ausschreiben. Wir werden Beispiele sehen dafür. Okay, das ist also diese Resolutionsregel und ich fange gleich mal mit einem einfachen Beispiel an für einen Fall, in dem wir wirklich bloß ein Atom auf jeder Seite nehmen. Wir haben zwei Klauseln. Die Klausel K1 hat die hier dargestellten Literale, nicht Mensch von x und hat Vater x, f von x. Sie erinnern sich, das Beispiel hatten wir schon mal in dem vorigen Video. Und die zweite Klausel sagt, nicht hat Vater z, v hat Kind v, z. Das kann man als Implikation lesen. Also das hier sagt, jeder Mensch hat einen Vater. Hier durch diese Skulem-Funktion ausgedrückt unter diesem Skulem-Therm, der von x abhängt. Das ist der Vater von x. Und das hier sagt, wenn z den Vater v hat, dann hat v das Kind z. Das ist auch eine Implikation. Und wir resolvieren das jetzt. Und wie ich schon mal erklärt hatte, ist die Resolution letztlich nur die Verkettung von Implikationen. Das heißt, wir erhalten jetzt wieder eine Implikation, die sagen wird, jeder Mensch ist Kind von einem anderen Menschen. Für jeden Menschen gibt es einen anderen Menschen, dessen Kind er ist. Das geht, indem wir unifizieren, nämlich hat Vater mit x und f von x, mit hat Vater z und v. Da gibt es einen allgemeinsten Unifikator, das hatten wir auch schon besprochen, nämlich den hier, der z auf x abbildet und v auf f von x, zum Beispiel. Und wenn wir diese Substitution jetzt anwenden, dann werden die beiden hat Vater Atome, also einmal negiert und einmal nicht negiert, gleich. Und wir können resolvieren. Und die Resolvente bilden wir, indem wir diese Substitution auf die verbleibende Literale anwenden. An x ändert sich nichts, das heißt, hier steht weiterhin nicht Mensch von x. Aber v und z werden hier entsprechend ersetzt. Und das heißt, wer erhalten hat Kind f von x und x. Und das drückt wirklich aus, was ich gesagt habe. Ja, wenn x ein Mensch ist, dann ist x jemandens Kind, also von einem f von x. Okay, gut. So weit, so gut. Das ist also die Resolution in der Prädikatenlogik. Ein bisschen komplizierter wegen der Unifikation, aber immer noch beherrschbar. Vor allem, weil natürlich, wenn wir was per Hand rechnen, die Beispiele nicht allzu kompliziert sein können. Das heißt also, die Menge an Atomen, die da vorkommen, ist natürlicherweise beschränkt. Und in der Regel sieht man relativ leicht, was man unifizieren kann und was nicht oder was man unifizieren möchte. Ja, weil eben die Voraussetzung schon ist, dass die gleichen Prädikate verwendet werden, in allen Atomen, über denen reserviert wird. Und in praktischen Beispielen ist es oft so, dass das dann leicht zu sehen ist, welche in Frage kommen. Okay, und unifizieren ist auch nicht schwer und der Rest ergibt sich. Sag ich mal. Okay, aber ich weiß, einige finden auch die Resolution in der Aussagenlogik nicht so einfach. Das sehen wir immer wieder, wenn wir Prüfungen korrigieren, dass da viele Fehler gemacht werden, obwohl es wirklich nur so ein Dominospiel ist, wo man passende Teile aus zwei Mengen sucht und die dann löscht. Das lässt sich ja letztlich doch relativ leicht erkennen, aber vielleicht hat man den Algorithmus einfach nicht geübt oder nicht gut verinnerlicht und macht dann doch Fehler in der Hitze des Gefechts. Gut, also wenn man sowas schnell lösen will, muss man es natürlich üben. Dafür haben wir die Übungen und die Übungsblätter. Nutzen Sie das. Okay, ich möchte noch im Rest dieses Videos ein längeres Beispiel rechnen und noch ein paar Sachen erklären, die wir hier beachten müssen und dann den Algorithmus nochmal zusammenpassen. Das ist der Plan für dieses erste Video zum Thema Resolutionsalgorithmus. Ein Beispiel. Ah, da bin ich zu groß, gehe ich lieber weg. Okay, wir hatten in den früheren Videos bereits eine Beispielformel F, wie ich sie hier nenne, betrachtet. Das war ein Beispiel von der Welt der Wahrheitssager und Lügner. Die erste Formel, Sie erinnern sich, sagt aus, dass jeder entweder Wahrheitssager und nicht Lügner ist oder Lügner und nicht Wahrheitssager. Und dann hatten wir die Aussage, wir sind hier alle vom gleichen Typ. Falls das ein Wahrheitssager sagt, also falls es einen Wahrheitssager gibt, der das sagt, dann bedeutet das, alle sind entweder Wahrheitssager oder alle sind Lügner. Und wenn es ein Lügner sagt, dann heißt es nicht, alle sind Wahrheitssager oder alle sind Lügner. Das waren die Möglichkeiten. Und wir hatten gefragt, ob daraus nun folgt, dass alle Wahrheitssager sind oder alle Lügner oder was auch immer. Zunächst einmal müssen wir die Frage, die wir stellen, also ob folgt, dass alle vom Typ W sind, auch als Formel ausdrücken. Das heißt also, als logische, als Frage nach einer logischen Schlussfolgerung, nach einer logischen Konsequenz. Was wir also im Prinzip wissen wollen, ist, folgt aus dieser Theorie F, dass für alle Z gilt WVZ. Also sind die alle Wahrheitssager. Das wollen wir ermitteln und dafür wollen wir Resolution anwenden. Und wir wissen, dass es das, was herauskommen sollte. Das heißt, hoffentlich hilft uns die Resolution dabei, auch dieses Ergebnis zu finden. Um so etwas zu lösen, das hatte ich schon eingangs erklärt, müssen wir zunächst Unerfüllbarkeit testen können. Das heißt, wir müssen diese Frage auf eine Frage nach Unerfüllbarkeit zurückführen. Und das lässt sich dadurch machen, dass wir die Konsequenz einfach negiert hinzuschreiben. Das heißt also, wir testen, ob die Theorie gemeinsam mit der negierten Formel unerfüllbar ist. Es ist also, wenn das daraus folgt, dann heißt das, die Negation davon kann nicht gleichzeitig mit der Theorie wahr sein. Weil immer, wenn die Theorie wahr ist, müsste das wahr sein und das widerspricht sich offenbar mit seiner Negation. Okay, also das ist die neue Theorie. Das ist jetzt nur noch eine große Formel. Und wir wollen testen, ob die unerfüllbar ist. Und jetzt müssen wir die Normalisierung machen. Die syntaktische, die ich Ihnen auch schon kurz wieder angesprochen hatte. Das heißt, wir bilden eine Klauselform. Das haben wir bereits gemacht an anderer Stelle. Und die, zumindest für F, und die Klausel für nicht, für alle Z, W kann man sehr leicht hinzufügen. Da die ja, eine Klauselform ist eine Konjunktion von Disjunktionen. Ja, und wenn man der noch eine Konjunkt hinzufügt, dann kann der vordere Teil, wenn er schon in Klauselform ist, einfach so bleiben. Dann muss man nur noch das, was man hinzugefügt hat, für sich in Klauselform bringen und die entsprechenden Klauseln konjunktiv anfügen. Das heißt, was wir für F schon mal herausgefunden haben, können wir einfach übernehmen. Nur noch dieser Teil muss umgeformt werden. Was man da tut, ist zunächst einmal bereinigen. Gut, bereinigen müssen wir nicht. Es ist ja nur eine Variable da. Dann Negationsnormalform bilden und Prenexform, die entsteht auch direkt automatisch. Negationsnormalform heißt, das Negationszeichen wandert durch den Quantor durch und dualisiert ihn. Also wir haben jetzt Existenz, es gibt ein z, sodass nicht w von z. Plausibilitätscheck ergibt das Sinn. Was hier steht, ist, es gibt jemanden, der kein Wahrheitssager ist. Und das ist tatsächlich eine andere Art zu sagen, es sind nicht alle Wahrheitssager. Skulemform, wir haben ein Existenzquantor, den müssen wir eliminieren. Und Tora Skulem sagt uns, dafür werden neue Funktionstherme eingeführt, die als Argumente alle Allquantoren haben, die vor ihnen stehen. Jetzt gibt es hier keine Allquantoren, also keine allquantifizierten Variablen, sollte ich sagen. Das heißt, wir kriegen ein nullstelliges Funktionssymbol oder auch Konstante genannt. Ja, also a ist hier eine Skulem-Konstant. Okay, das heißt, das ist unsere Klausel, nicht w a. Ganz schöne Vereinfachung von dem, was wir hier stehen hatten. Also sehr schön. Okay, gut. Jetzt wollen wir für dieses Problem den Resolutionsalgorithmus durchführen. Ja, wir haben jetzt hier eine Liste all der Klauseln. Die ersten sieben hatten wir schon in einem früheren Video gebildet mit den entsprechenden Variablen-Namen hier. Und die letzte ist die, die wir gerade hinzugefügt haben. Okay, und jetzt möchten wir auf diese Klauseln-Resolution anwenden. Und ich schreibe Ihnen das schon ein bisschen in der Art auf, wie Sie es vielleicht auch aufschreiben mögen, wenn Sie das manuell machen oder in einer Klausur online oder hoffentlich auch irgendwann mal wieder live. Wir nummerieren die Klauseln durch. Das hilft beim Notieren. Damit kann man leicht referenzieren, wenn man eine angeben will und sich die Schritte besser nachvollziehbar machen. Und auch für jemanden, der korrigiert, natürlich besser nachvollziehbar machen, was man da versucht hat. Wenn man sich mal verrechnet, ist es auch leichter dann zu erkennen, ob es ein Folgefehler vielleicht ist, wo noch ein Punkt drauf zu geben ist. Okay, also wir nummerieren alles durch. Und jetzt bilden wir Resolventen. Jetzt kann man schauen, welche zwei Klauseln könnte man jetzt miteinander resolvieren. Also wo finden wir zwei komplementäre, literale, also ähnliche Atome, die aber einmal negiert, einmal nicht negiert vorkommen und die wir unifizieren können. Und dann resolvieren wir darüber. Und ich fange mal hier unten an mit dem BA, weil in der Regel ist es ja so, nicht alles, was in der Theorie vorkam, also in unserem F hier, ist vielleicht relevant. Aber das, was wir als Ableitung haben wollen, also in dem Fall, dass es einen, jemanden gibt, der kein Wahrheitssager ist, das sollte relevant sein. Ja, wenn irgendein Beweis dieser Aussage möglich ist und die Theorie nicht von vornherein schon unerfüllbar war, dann sollte man das, was man hier als letztes zugefügt hat, auch nutzen. Na, das muss irgendwie relevant sein. Das heißt, es ist gar nicht so schlecht als Taktik, wenn man mit dem, mit diesen Klauseln, die aus dem negierten, aus der negierten Folgerung entstanden sind, anfängt. Okay, das habe ich hier gemacht. Ich habe mir die Klausel 8 genommen und kann ich schauen, womit resolviert die? Wenn ich hier W als Atom habe, negiertes Atom, dann sehe ich eben zum Beispiel, dass die mit der ersten Klausel resolviert werden kann, weil hier auch ein W vorkommt, aber nicht negiert. Und da hier oben W von x1 steht, aber hier W von a, müssen wir noch unifizieren und das mache ich mit dem Unifikator x1 geht nach a. Das ist der allgemeinste Unifikator. Brauche ich nicht viel Unifikationsalgorithmus anwenden, um das zu sehen. Okay, und das schreibe ich mir alles dazu. Durch diese drei Bestimmungsstücke ist gut nachvollziehbar, was ich hier gemacht habe. Ich habe diese Substitution angewendet auf die Resolvente aus 1 und 8. Und das heißt, was übrig bleibt, wenn ich die Ws lösche, ist das L von x1, aber x1 wird mit a ersetzt, also L von a. Okay, das kann man jetzt rein syntaktisch machen und der Algorithmus würde das natürlich implementierterweise auch einfach stupide an der Syntax her so durchführen, ohne zu wissen, was das bedeuten soll. Aber wir können natürlich als Menschen auch zwischendurch mal wieder prüfen, ist das sinnvoll, was hier rausgekommen ist. Und wir sehen, was hier steht als Aussage, ist im Prinzip a, die Konstante a, die Skulem-Konstante, ist ein Lügner. Und wir wissen, Skulem-Konstanten stehen für Existenzaussagen. Das heißt, was hier steht, ist, es gibt einen Lügner. Und tatsächlich, das ist eine sinnvolle Schlussfolgerung aus dem, was wir wussten. Wenn wir wissen, dass es jemanden gibt, der kein Wahrheitssager ist und wir wissen, dass alle entweder Wahrheitssager oder Lügner sind, dann können wir daraus Schlussfolgern, dass derjenige, der kein Wahrheitssager ist, ein Lügner ist. Okay, gut, haben wir was rausgekriegt. Und hier sehen wir noch eine praktische Eigenschaft und Taktik, die man verwenden kann, wenn man Resolventen bildet. Es ist eine gute Idee, wenn man Resolventen bildet mit einer Klausel. Also, Einer-Klauseln sind welche, die nur ein Literal enthalten. Und wenn ich mit denen eine Resolvente bilden kann, dann lösche ich natürlich dieses Literal. Dann muss dieses Literal immer eines von den Gleichgemachten sein. Das heißt, ich erhalte eine neue Klausel, die aus dieser Einer-Klausel nichts hinzubekommt. Da gibt es null Literale, die erhalten werden. Und die andere Klausel, die ich verwendet habe, da muss natürlich auch irgendetwas reserviert worden sein. In dem Fall war es das WX1. Das wird ja auch gelöscht. Das heißt, die Resolvente, die ich erhalte, wird kleiner werden. Die wird etwas weniger enthalten als das, was ich vorher hatte. Hier hatte ich eine Klausel mit zwei Literalen. Habe ich mit einer Einer-Klausel reserviert, hat sie nur noch ein Literal. Habe ich eine neue Einer-Klausel, tolle Sache. Also das ist eine gute Technik, um sicherzustellen, dass die Klauseln, die man erhält, erst mal möglichst klein sind. Was gut ist, denn wir wollen am Ende die leere Klausel, in der null Literale drin sind. Das heißt, wenn wir immer möglichst kleine erzeugen, ist das keine schlechte Taktik. Die muss nicht immer aufgehen, aber das führt oft in eine gute Richtung. Und umgekehrt ist es so, wenn wir sehr große Klauseln erzeugen, also wenn wir durch Resolution zum Beispiel Klauseln erzeugen mit mehr Literalen, als irgendeine Klausel bisher hatte, dann wird das natürlich auch alles schwieriger und unhandlicher. Und es ist nicht so einfach, dann damit umzugehen. Also wir versuchen erstmal mit kleinen Dingen, wir sind optimistisch, dass das zu einem Ziel führt. Okay, haben wir also eine schöne neue Einer-Klausel erhalten. Jetzt kann ich mit der Weiter-Resolution betreiben. Ich versuche auch hier wieder mit dem, was ich gerade neu erhalten habe, weiterzumachen. Das ist auch eine Taktik, die irgendwie Sinn ergibt, weil wozu habe ich den Schritt sonst gemacht, wenn es nichts bringt. Hoffe ich also, dass das nützlich war und dass man damit weiterkommt. Ich habe also dieses L von A und das resolviere ich jetzt in dem Fall mit 7. Warum mit 7? Ja, naja, warum nicht mit 7? Ich mache es mal. Da habe ich also hier ein Nicht-L von x5, hier ein L von A. Das kann ich reservieren, indem ich x5 nach A abbilde. Und ja, was hier steht, ist ja, wenn es einen Lügner gibt, dann gibt es jemanden, der kein Lügner ist. Das ist eine, diese Teilaussage ist schon durch die Normalisierung direkt entstanden, durch die Klauselformbildung. Und ist eine logische Konsequenz, weil sie durch syntaktische Normalisierung direkt entsteht, ist eine logische Konsequenz der ursprünglichen Aussage, die gesagt hat, wenn es einen Lügner gibt, dann ist es nicht wahr, was hier alle gesagt haben. Wenn mindestens ein Lügner existiert. Wir haben die Situation, es existiert ein Lügner. Das heißt, es muss auch jemanden geben, der kein Lügner ist. Nicht L von f7 von irgendwas. Im Übrigen fehlt hier die 7, ja, das korrigiere ich Ihnen noch in den hochgeladenen Folien. Wir stellen uns die mal vor. Also das war eine Skullim-Funktion, die ich hier extra eingeführt habe und die muss natürlich hier auch behalten werden. Die Variablen x1 bis x4 bleiben alle gleich. Der allgemeinste Unifikator hat mit ihnen nichts zu schaffen, sonst wäre er nicht der allgemeinste. Die bleiben also erhalten, aber das x5 wird durch a ersetzt, weil es ja hier vorne gebraucht wird. Habe ich also das herausgefunden? Wie kann man das lesen? Naja, nicht L von dem Skullim-Term, auch hier wieder der ganze Term, lässt sich als Existenzaussage interpretieren. Das heißt also, es gibt jemanden, der kein Lügner ist. Okay. Und wir ahnen schon, wie es jetzt weitergeht. Wir wissen, es gibt jemanden, der kein Lügner ist. Das heißt also, der muss Wahrheitssager sein. Und wenn das heißt also, die Aussage ist wahr und darauf kriegen wir dann Widerspruch. So wollen wir vorgehen. Okay. Aber es stellt sich heraus, dass das nicht funktioniert so richtig. Wir würden diese Aussage, es gibt einen, es gibt nicht Lügner, es gibt irgendeinen nicht Lügner, würde ich gerne resolvieren mit 1. Also alle sind Wahrheitssager oder Lügner, um herauszufinden, dass dieser Nichtlüger ein Wahrheitssager ist. Aber das Problem ist, das funktioniert nicht. Ich kann nicht die Klausel 1, also insbesondere dieses L von X1, kann ich nicht unifizieren mit dem L von F von X1, X2, X3, X4, X, äh, pardon, A. Warum? Nicht, naja, weil diese Menge an Atomen, und hier sollte ich die Negation rausstreichen, wenn ich es als Menge von Atomen schreiben will, wie ich es Ihnen vorher definiert hatte, noch eine kleine Korrektur, die ich noch machen werde. Diese Menge hat kein Unifikator, und das sieht man auch, warum das so ist, weil natürlich das X1 auf beiden Seiten vorkommt. Das heißt also, das Unifikationsproblem, was ich daraus erhalte, wäre erster Parameter gleich erster Parameter, das heißt F von, oder F7 von all diesem hier, ist gleich X1. Und das lässt sich nicht unifizieren, weil ich hier X1 auf beiden Seiten habe. Okay. Hm, das ist aber blöd, oder? Also eigentlich, rein intuitiv, wenn wir uns überlegen, was die Aussagen bedeuten sollen, alle sind Wahrheitssager oder Lügner, es gibt einen, es gibt jemanden, der kein Lügner ist, dann sollte da doch eigentlich logisch daraus folgen, dass dieser jemand Wahrheitssager ist. Aber der Algorithmus lässt uns das so nicht ermitteln. Hm, was kann man tun? Na ja, Sie sehen es vielleicht schon, ja, das Problem, was wir hier haben, ist relativ syntaktisch. Ja, X1 kommt in beiden Fällen vor. Aber warum eigentlich brauchen wir dieses X1? Kann man daran vielleicht etwas ändern, dass man so ein X1 an der Stelle hat? Und tatsächlich, man kann, man darf Variablen umbenennen, das nennt man auch, wie schon zuvor gesprochen, die Variantenbildung. Also ich weiß ja, dass natürlich alle Variablen, die in meiner Klauselform vorkommen, allquantifiziert sind. Ich weiß aber auch, dass der Allquantor über Konjunktionen distribuiert. Das heißt, die Formel für alle X, F und G, F und G mögen zum Beispiel Klauseln sein, ist semantisch äquivalent zu der Formel für alle X, F und für alle X, G. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass jede Klausel in meiner Klauselform für sich genommen einzeln allquantifiziert ist. Und so habe ich es ja auch gelesen, ja, jeder ist Wahrheitssager oder Lügner. Für alle X1 gilt Wahrheitssager X1 oder Lügner X1 und so weiter und so fort. Und jetzt sehen wir, wir haben ja eigentlich eine Reihe von allquantifizierten Formeln, die alle unabhängig sind. Also das heißt, das X1, was hier benutzt wird, ist nicht das gleiche X1 wie hier. Und das erlaubt es mir, das berechtigt mich dazu, Variablen einfach umzubenennen. Weil ich ja letztlich nur die quantifizierte Variable einheitlich in allen ihren Vorkommen umbenenne. Das heißt, ich darf einheitlich umbenennen und darf zum Beispiel aus dieser Form hier, aus dieser Klausel nicht L von F7, X1, X2, X3, X4, A, diese hier machen. Die heißt nicht L, F von X1', X2', X3', X4', A. Sie sehen schon, kleine Herausforderung, wir müssen neue Namen einführen und die Menge an übersichtlich aufzuschreibenden Namen ist endlich. Also ich habe jetzt hier schon Subskripte und noch einen Strich. Aber gut, solange die Resolutionen nicht zu lang werden, geht das eigentlich noch ganz gut. Ich mache also einfach hier einen Strich rein und schon habe ich andere Variablen als in der ersten Klausel. Und das reicht, um dann zum Beispiel unifizieren zu können. Das darf ich tun in der Resolution und das muss ich tun in der Resolution, in der Prädikatenlogik, manchmal sogar mehrfach. Also das heißt, das ist nicht einfach nur ein Problem, was auftritt, weil wir die Klauselform unglücklich gebildet haben und am Anfang zu viele Variablen gleich benannt haben. Das ist nicht der Fall, sondern es kann tatsächlich sein, dass wir eine Klausel immer wieder verwenden müssen in einer Resolution und dabei immer wieder neue Varianten bilden müssen, damit Konflikte vermieden werden. Also das heißt, wir brauchen die Möglichkeit, dynamisch Varianten zu erzeugen, so wie wir es gerade benötigen, um eine Unifikation durchführen zu können. Und wir nehmen an, dass wir das jederzeit tun können. Also wir machen uns nichts aus den eigentlichen Variablen Namen und sind da ganz flexibel bei der Umbenennung. Manchmal bietet es sich an, wenn die Variablen nicht wie in meinem Beispiel schon mit Subskripten die Zahlen sind, arbeiten, also x1 bis x4 heißen, wenn sie zum Beispiel nur x, y und z heißen würden, dann würde es sich vielleicht anbieten, die Varianten einfach mit der Nummer der entsprechenden Klausel als Subskript zu bilden. Also die fünfte Klausel hätte dann halt x5, y5, z5. Da kommt man auch schon relativ weit. Also solche einheitlichen Umbenennungsmuster sind ganz gut, um den Überblick zu behalten, wenn man das manuell macht. Okay. Varianten von Klauseln können wir also immer bilden. Schön. Und damit kommen wir jetzt tatsächlich weiter. Wir haben jetzt also die Variante hier mit Strich, 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 Strich. Und diese Variante lässt sich mit der ersten Formel, mit der ersten Klausel wieder resolvieren, um herauszufinden, dass dieses besagte Element f von x1' bis x4' und a ein Wahrheitssager sein muss. Also es gibt irgendeinen Wahrheitssager, der für alle beliebigen Belegungen am Ende von diesen Variablen und a sich ergibt. Okay. Und das ist die Substitution, die ich dafür verwende als allgemeinste Unifikator. Okay. Jetzt weiß ich, es gibt einen Wahrheitssager. Jetzt muss ich schauen, welche Klauseln, das waren irgendwie hier die in der Mitte, hatte ich die etwas ableiten können für den Fall, dass ein Wahrheitssager existiert. Und da ist interessant, vor allem die fünfte, die sagt, wenn ein Wahrheitssager existiert, oder, na, dann sind alle Wahrheitssager oder alle Lügner. Mit zwei verschiedenen Variablen, aber das tut hier nichts zur Sache an der Stelle. Das heißt, da kann ich jetzt resolvieren, das wäre also die fünfte und die elfte. Und der Unifikator ist hier wieder, dass ich das x2, was hier vorkommt, mit diesem komplizierten Term ersetze. Und die anderen Variablen haben die anderen Atome enthalten, die so unifizierte Variablen zum Glück nicht. Also das heißt, wir können einfach das x3 und x4 hier so beibehalten. Und das ist wieder ein bisschen einfacher geworden. Wir sind das f los. Okay, und die zwölfte Klausel sagt jetzt also, entweder sind alle Wahrheitssager oder es sind alle Lügner. Okay. Daraus wollen wir einen Widerspruch erzeugen. Wie können wir das machen? Naja, wir wissen schon, es gibt jemanden, der nicht Wahrheitssager ist. Wir wissen auch schon, es gibt jemanden, der nicht Lügner ist. Das heißt, das allein, diese beiden Dinge sollten ja ausreichen, um es zum Widerspruch zu führen, dass alle Wahrheitssager oder alle Lügner sind. Und wir können jetzt aussuchen, in welcher Reihenfolge wir vorgehen. Bei der Resolution, also was ich mal machen werde, ist, ich fange mal mit der ersteren an. Also ich habe ja dieses a, was kein Wahrheitssager war. Und wenn ich das resolviere mit der Behauptung, dass alle Wahrheitssager sind, dann löscht sich das aus. Und es bleibt nur noch die Möglichkeit, alle sind Lügner. Und ja, die Viable x3 kommt da wieder nicht vor, deshalb ist ja das x4 immer noch wie vorher. Und jetzt habe ich also hier abgeleitet, alle sind Lügner. Ich weiß aber, es gibt jemanden, der kein Lügner ist. Und wenn ich das miteinander resolviere, erhalte ich die leere Klausel. Die leere Klausel. Okay, die leere Klausel, das kennen wir schon aus der Aussagenlogik, ist das Zeichen für einen Widerspruch. Warum ist das so? Naja, Klauseln sind Disjunktionen und eine leere Disjunktion sollte auf falsch abgebildet werden, weil falsch das neutrale Element der Disjunktion ist. Ja, also eine Disjunktion von fünf Dingen und kann ich auch als eine Disjunktion von drei Dingen mit einer Disjunktion, die verknüpft mit einer Disjunktion von zwei Dingen, disjunktiv verknüpft mit einer Disjunktion von null Dingen zum Beispiel auffassen. Und deshalb muss die Disjunktion von null Dingen sinnvollerweise falsch darstellen, denn wenn sie wahr wäre, die würde ja in jeder Disjunktion drinstecken, dann würde sie dazu führen, dass jede Disjunktion irgendwie innerlich war. Also es ist die einzig sinnvolle Belegung, eine nullstellige Disjunktion mit falsch zu interpretieren. Okay, und natürlich analog nullstellige Konjunktionen wären immer wahr. Und die nullstellige Disjunktion also ist abgeleitet, das heißt eine Klausel, die falsch ist. Und die Klauseln in der Klauselform und auch in der Resolution sind ja konjunktiv zu lesen. Also das heißt, alle diese Dinge sind logische Konsequenzen aus dem, was wir am Anfang angenommen haben. Und das heißt, insbesondere der Widerspruch, also diese falsche Aussage ist auch eine logische Konsequenz. Das heißt, die Formel ist unerfüllbar. Und das war ja das, was wir ursprünglich zeigen wollen. Das heißt, wir haben die leere Klausel abgeleitet und die ist, wie ich gerade erklärt habe, unerfüllbar. Und das heißt, die Klauselmenge ist unerfüllbar. Und das heißt, das, was wir ursprünglich mal tun wollten, nämlich eine logische Konsequenz von F, Holgott für alle Z, W von Z prüfen, diese logische Konsequenz gilt. Denn wir hatten ja eine Unerfüllbarkeitsfrage überführt und die hat sich gerade mit Ja beantwortet. Toll, gut. Gut, also so funktioniert das Ganze im Prinzip am ausführlichen Beispiel. Der Algorithmus, den ich jetzt angewendet habe, den können Sie hier noch einmal sehen im gelben Kasten. Eingabe ist eine Formel F, deren Unerfüllbarkeit wir prüfen wollen. Wir wandeln F jetzt in Klauselform um. Damit erhalten wir eine initiale Klauselmenge, die ich mit K0 bezeichne, also eine Menge von Klauseln. Diese geschwungenen Ks sollen hier immer Mengen sein. Und jetzt gehe ich in eine Endlosschleife im Prinzip. Also für alle I größer gleich 0 tue ich das Folgende. Ich bilde eine neue Menge von Klauseln, die ich KI plus 1 nenne und initialisiere die mit den Klauseln, die ich bis dahin hatte. Also KI, ich nehme alle Klauseln, die ich schon abgeleitet hatte. Und was ich dann tue ist, ich wende erschöpfend Resolution darauf an. Das heißt, für alle Klauseln K1 und K2, die ich in der Menge KI bereits hatte, bilde ich zunächst Varianten, die keine gemeinsamen Variablen enthalten. Und anschließend bilde ich alle möglichen Resolventen dieser beiden Varianten und füge sie zu meiner neuen Klauselmenge KI plus 1 hinzu. Das heißt, was hier passiert ist, ich bilde nicht nur eine Resolvente, sondern ich bilde alle Resolventen und zwar von allen Paaren von Klauseln. Also ich tue alles, was man in diesem Schritt tun kann, unter Verwendung nur von Dingen, die im vorigen Schritt schon verfügbar waren. Falls dabei die leere Klausel, die hatte ich auch so mit Bottom geschrieben, gerade eben auch nochmal auf der Folie erklärt, falls diese leere Klausel abgeleitet wird, dann terminiert der Algorithmus, verlässt diese Endlosschleife und gibt aus. Unerfüllbar. Falls hingegen überhaupt nichts Neues abgeleitet wird, also falls KI gleich KI plus 1 sein sollte, dann terminieren wir ebenfalls und geben erfüllbar aus. Das ist ein bisschen eine vereinfachte Bedingung hier an der Stelle, dass die beiden Klauselmengen gleich sind. Da muss ich natürlich vielleicht sagen, bis auf Variantenbildung, wenn ich immer Variablen umbenenne und dann neu resolviere, kommen natürlich technisch gesehen immer neue Klauseln heraus, syntaktisch. Aber es kann natürlich sein, dass die nur Varianten von Klauseln, die ich vorher schon hatte, sind. Also eigentlich sollte ich hier nicht schreiben, genau gleich, sondern gleich bis auf Varianten von Klauseln, die hinzugekommen sind. Oder anders gesagt, ich sollte keine Klauseln hinzufügen, die als Variante schon enthalten sind. Und dann kann ich also verhindern, dass die ungleich werden durch Umbenennen. Okay, mehrere Anmerkungen stehen hier noch dazu zu dem Algorithmus. Die eine Anmerkung sagt, wir haben hier keinerlei Bedingungen darüber, ob K1 und K2, die beiden Klauseln, die ich resolviere, unterschiedlich sein müssen. Und in der Tat ist es so, dass es also passieren kann, dass die beiden gleich sind. Also, dass man eine Klausel mit sich selbst resolviert. Das kann manchmal notwendig sein. Also, das ist in der Prädikatenlogik eine nützliche Operation, eine Klausel mit sich selbst zu resolvieren. Die zweite Anmerkung ist, dass natürlich die Variantenbildung etwas lazy durchgeführt werden kann. Ja, ich muss nicht wirklich alles umbenennen, wenn es keine gemeinsamen Variablen gibt zwischen K1 und K2. Dann kann ich einfach die variablen Namen beibehalten, die ich vorher schon hatte. Das heißt, ich muss nicht ständig umbenennen. Das vereinfacht das Ganze ein bisschen. Okay, das ist er also, der Algorithmus, den wir insgesamt haben, ohne die Zurückführung auf Unauffüllbarkeit, die man vorher auch noch tun müsste, unter Umständen. Und, ja, damit kann man logisch schließen. Und wir sehen, interessanter Aspekt hier, es gibt zwei Fälle, in denen dieser Algorithmus die Endlosschleife verlässt. Aber wir wissen natürlich schon, Unentscheidbarkeit des logischen Schließens für die Prädikatenlogik sagt uns, das kann nicht immer klappen. Also, wir können nicht sicher entscheiden, ob die Formelmenge Unauffüllbar ist oder nicht. Das heißt also, es kann nicht sichergestellt werden, dass einer dieser Fälle immer eintritt. Es kann durchaus sein, wir laufen immer weiter und bilden immer neue Resolventen ad infinitum. Also, das ist durchaus möglich. Aber es gibt immerhin zwei Abbruchbedingungen, die auch in vielen Fällen eintreten können. Und insbesondere kann sowohl die Unauffüllbarkeit als auch die Erfüllbarkeit in manchen Fällen sicher festgestellt werden. So weit, so gut. Man will vielleicht noch mehr von so einem Algorithmus. Man will vielleicht insbesondere Semi-Entscheidbarkeit, Sie erinnern sich der Prädikatenlogik. Man möchte also vielleicht, dass wenigstens in einem der Fälle, also in dem Fall, in dem die eingegebene Formel Unauffüllbar ist, der Algorithmus garantiert das Richtige tut und das Richtige ausgibt nach endlicher Zeit. Aber das folgt erstmal noch nicht aus dieser, also das sieht man nicht unmittelbar an dieser Darstellung, dass das passieren muss. Da muss man ein bisschen weiter ausholen. Und das ist das, was ich beginnend mit dem nächsten Video tun möchte, um Ihnen zu erklären, warum ist es eigentlich korrekt. Wieso ist die Resolution, so wie wir sie hier aufgeschrieben haben, ausreichend, um alle logischen Konsequenzen zu finden, die tatsächlich gefunden werden können. Und auch nur solche und keine falschen. Das ist auch ganz gut zu wissen. Dazu in den nächsten Videos mehr. Und dann werden wir auch wieder zu unserem unglücklichen Bergsteiger zurückkehren. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss und auf Wiedersehen.